Ist das nicht schön? Es wird geschafft. Es wird gepickelt. Die Blender wird angemacht. Das Wasser wird an einem verlegt. Für meinen Wassertank. Ja, wir müssen fertig machen. Ich will einziehen. Aber ist doch cool. Überall steht ein Auto. Die Kinder spielen mit dem Zeug rum. Die können mit den Kindern arbeiten. Das ist normal. Warte im Zeug rum. Der Abfallkübel ist gekommen. Das haben wir in der Gemeinde rückgeholt. Das ist der offizielle Abfallkübel. Den brauchst du, wenn du angemeldet bist. Aus dem Stromkasten. Halt es den Auto rein. Schön. Schön. Schön, schön, schön. So läuft es. Geschwib. Steig. Zusammen. Schau. Schau.